So meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Thausbrack, dem Stab der Wahrheit. Jetzt zieht ihr übrigens hier durch dieses kleine komische Power-Up, was ich da hatte. Auf meinem Stab ein bisschen... Oh cool, Geld. Auf meinem Stab was zusätzliches. Und was haben wir hier? Das war was runter. Ein Cheap Pokémon, jetzt sehe ich es doch. Hm, was haben wir hier? Das ist doof, ne? Du kannst mir auch noch das gleiche Ziel blüten lassen, wo wir da schauen. Willkommen zu Twig Koffe. Koffe gemacht mit Ingredienern, die von lokalen, organischen Verbrauchern. Es ist lokal Koffe. Brüttt lokal. Twig? Twig? Hast du die frischen lokalen Ingrediener abgenommen? Hey, hey, I'm not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Haha, der wird so unter Druck gesetzt, ey. Hallo, Dad. Wenn du für Twig kaufst, ist er in der Rückruppe, unattendet. Unattendet. Wie ein prästigen Meadow, nur an den wilden Häusern, die da grazen. Würde du gerne einen Koffe probieren? Es ist frisch, wie ein sun-dappeltes Kornfeld, bereit für Harvest. Tempotrank-Ultra. Diesen Steigerung lässt sich erneut angreifen. Tempotrank-Machttrank. Alter, jetzt so viel, was man sich kaufen könnte. Hey, hey, hey. Nice. Alle, die immer so einen Riss haben, ähm, die kann man halt kaputt machen, alles das, was einen Riss hat. Du solltest ein bisschen Koffe probieren. Es gibt dir den Riss, den du brauchst, um zu fokussieren, in der Schule zu bleiben. Okay, was macht er hier hinten drin? Ah, jetzt tut er, als ob er arbeiten würde. Was ist das? Jetzt? The guy's near me now? The way, man. It's way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait. You. Could you go get the four o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please. Would you? It's a Kenny's house. Like always. You give them this, they'll give you the delivery. Okay. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Heißer Kaffee. Here it's just me! Yeah. Gucken wir gleich mal. Erstmal checken wir hier alles ab. Das ist ja eine coole, Leute. Ach toll, Leute, tatsache. Mehr Koffe! Nehmen wir mehr Koffe! Gut, da brauchen wir einen Schlüssel. Dann denke ich mal, wenn wir erstmal zu Kenny gehen, den Weg haben wir uns ja schon freigeschaltet, sozusagen. Oder freigespielt. Huch! Heißt, er ist nur noch ganz chillig hinlaufen. Endlos geht vorraten. Nice! Ähm, da. Ah, hier. Hier? Hm. Hm. Oh, das ist nicht für mich, das ist für die schönen Leute, die in der Gästehaus aus dem Hintergrund. Ah ja. Jetzt habe ich den Garagenschlüssel, den ich brauche. Die netten Gäste, die Crack-Rauchern. Gar nicht! Holy shit! Alter, drei Junkies, was ist mit euch los? Holden! I want to do it! Ah! 65 schaden alter ich kann das ganz abblocken ach doch rechts ja klar logisch ich habe mal linke maustaste gedrückt der fuck mich dumm ja das stimmt sowieso gleich eigentlich naja okay ein nach dem anderen das ist gut dass man immer erst eine andere fähigkeit machen kann in dein fucking fuß du penner okay drei junkies getötet nice sie steht direkt mal speichern aber ich bin so krass so noch was ja mal nichts noch im kühlschrank und die kiste oh mein gott hindern die sie diesen gefährlich vermeide hindernisse blablabla ok da muss wohl von hinten rein sehe ich du scheiß ah ja ich möchte aber trotzdem noch hier runter ah ja okay geht's lang ein trailer 1 trägerhemd schön können wir dann damit schon was machen ja mein trägerhemd Stapel käsebällchen heilt jede ohne ok das ist cool aber candy kann man damit leider nicht ausrüsten äh butters kann man damit leider nicht ausrüsten man kann wirklich nur sich selber ausrüsten schade habe ich den feuer schauen um 10% oder halt stapel käsebällchen halt jede ohne 5 gesünder ist auch nicht so wenig aber da ich irgendwie keine käsebällchen habe denke ich mal können wir uns das sparen halt die fresse ich denke ihr seid tot wohl er doch nicht gut wieder zurück zu tweek money war nicht so viel diesmal wie komme ich daran bitteschön doch war schon richtig vergiss nicht ein handtuch mitzubringen ja tauli dich werden wir sicherlich auch noch öfter mal oh keiner mehr da so den ersten hamburg so den ersten hamburg Neue freundschaftsanfrage sehr schön habe ich jetzt den schlüssel bekommen wunderbar haben wir Kann man nämlich da hinten die kiste aufmachen Kloster bruder handschuhe kloster bruder ruhe auf level 3 im sombril mit rumraben auf die ganze Halbfähig ein stets mit mtp wieder herr du erzwungsstatt zu ctp beim heilen das ist auf jeden fall für Für. Nieder ganz nice steige ich den max 5. Stapel gehören das ist bei mir beides ziemlich gut Schick schick damit haben wir den ersten von unseren kriegern der heult Aber nichts neues hätte er sein können Für sich eigentlich noch mal unsere erfahrung 144 von 200 Warum das immer tapfer größer verstehe ich gar nicht Aber generell alles außer halt home Hm na gut 56 erfahrung machen wir noch Oh Hey, hier Hörst du nicht, ich bin nicht hier um dich zu schützen Es ist ich Al Gore Der Schweinebeermann Danke Ich werde dir mein Freund auf Facebook machen Danke Das ist sehr prestig Du hast meine E-Mail jetzt Aber nicht zu niemandem Ich bin super serial Hörst du, wir müssen wissen, ob der Schweinebeermannsensor ist oder nicht Danke Hallo mein junger Freund Hier spricht Al Gore Das bin ich in dem großen Profilbild Ich rede gerade mit dir Geil Im Kino Ohne zu bezahlen Geiler Typ bin ich, oder? Ein Rabaukenrichtiger Rob Schneider ist ein Wall-Street-Exekutiv Mit alles geht für dich Das einzige Problem ist Er wird jetzt ein Karin Woah Hörst du? Es ist 24-Karin-Komödie Rob Schneider ist ein Karin Ich kann nicht alle kaputt machen in der Mitte Die ganzen Sätze Du warst rutsch Rob Schneider war ein Anteil Dann war er eine Frau Wow Zieh nicht mal, Alter Ich glaube, wir können ja nur weiter Nein, wir können ja eigentlich rein, oder? Assi, genau in jeder Reihe, wo noch was ist, sitzt einer Ah, kommen wir jetzt auf jeden Fall anscheinend noch nicht hin Wahrscheinlich nach und nach Oh, heil Da ist schon wieder was Los, lass kämpfen, du Arsch Okay, beide betont sehr nice Schwach Dead Holy shit Und der ist auch noch betäubt 66 Damage Der Bogen ist auch ziemlich geil Muss schon zugeben, ey Terence und Phillip Erste des Feuers 2 Irgendwie so So, hier geht's runter Äh, da möchte ich aber ehrlich gesagt Da würde es halt zum Spielplatz gehen, aber möchte ich gar nicht hin Alter, ist die Stadt riesig Holy shit Gut, dann gehen wir erstmal hier oben lang, würde ich sagen Nämlich zum Zu den Waffen Geht zu Token, okay Dann gehen wir mal zu Token Slow Nichts Hi Das ist ein gated community, Sir We do not allow in the riffraff Boobelog, Sir Nein Lass das, du Arschloch Das sind ziemliche Pänner, oder? Nehmen wir mal hier Verschwörungsartikel Woher du weißt, dass du verfolgt wirst? Abhörgeräte Wem kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweiht? Ah, das wollte ich gar nicht posten Wie löscht ich das? Alter, ich habe gerade ein Video hochgeladen Wie du ein Ladung Gas abbekommst Warte, das muss ich mir nochmal ansehen Ah, wenn man weiß, was kommt Das ist sogar noch lustiger Bei Juice, Waffen gibt es Auswahlgas Massen die Pfeffereitze Selbstverteilung nutzt das werden Ah, okay Also, ich muss da jetzt vorbei Mit der Gasmaske holen Damit ich hier vorbeikomme An den Penner Speed Limit 25 Ja, so habe ich noch nicht überschritten Money Ich möchte nur zu Token Wo ist denn der? Pitch vorbei, oder? Ach, das ist was anderes Guck mal, das ist wirklich Tokenshaus Hier ist noch ein Schattchen Pokémon Ausrüstung Guck mal, hier steht immer noch Was ich noch zohlen Das ist nice Zwischen Pokémon Farben und Ausrüstung Damit ich hier zu weit Würde ich sagen Wobei, wo ist denn Jimbo's? Das ist ein Markt Hier hinten ist was Ah, Jimbo's waren Okay, wir müssen doch da hinlang laufen Okay Da laufen wir doch hier hinlang Alles klar, alles easy Aber bevor wir es weitermachen Würde ich sagen Machen wir ganz kurz eine kleine Pause Und sehen uns in der nächsten Folge Da von South Park Stick of trust Vielen Dank und bis denn Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.